ja hallo zurück zu king's quest also die rose war das letzte mal eingegangen hier haben wir noch eine ach so ich habe geschlafen und hab jetzt auch eine keule wieder mit dabei und jetzt müsste hier aber auch der schuh sein irgendwie oder schüche so dass da oben natürlich nicht die prinzessin ist hier eine von denen sondern die aschenputtel hier unten kriegt die mal den schuh oder ok das ist das stecken den ich brauch für wahrscheinlich die tante im ding ins kirchen hier in die schmiedin gut also bei der rose hätte ich jetzt die idee dass man die pflückt und dann halt eben guckt dass man möglichst auf wasser gibt damit die nicht eingeht und gucken ob das klappt das ist das erste wasser ding so was heißt jetzt hier mal rose nehmen sehr gut so dann weiter hier ist noch mal hier ist noch mal Untertitelung des ZDF, 2020 Jammie Jammie Jo Erbschen, wir wissen es Okay, gucken wir mal, ob ich drüben mit diesem Besen was erreichen kann Oh, da geht es nicht gut, okay Sprecht lauter, ich höre euch nicht Oh, sehr mies Scheiß und druck Wie viel Cola habe ich, zwei Stück Ich kaufe mal eben kurz dieses lecker Mieterressen Wenn das vorbei ist, gibt es erstmal keine Diäten Halt Äh, wo ist der Typ noch Da drüben, ne Hallo, hi Was habt ihr auf Lager? Die letzte Schüssel Haferbrei Mit Wertbeeren aufgepeppt Schon gewusst, dass die die Nährwerte für zwei ganze Tage in einer Portion enthalten? Wie teuer? Zwei glänzende Goldmünzen Habt ihr Interesse? Klar Gut, nehme ich Viel Spaß Wiedersehen Kleb wohl So, auf zur Mutti Hoffentlich ist sie noch nicht draufgegangen So, auf zur Mutti Wow, diese Wertbeeren haben es echt in sich Das sollte für zwei Tage reichen Danke Tschakka, so Dann nimm doch jetzt mal den Besen Okay Tja, was soll's Hey, bleib stehen und lass mich dich stechen Komm hierher Die nette Tour? Na schön Oh, armer kleiner Kobold Das hab ich nicht gewollt Ja, du Ich war eine echte Nervensäge Und es tut mir leid Oh, wow Beeindruckend Du bist so Steiner Ich kann nicht Macht weiter Willst du Eine Umarmung? Wuhu Siehst du Ist das nicht Wunderbar? Wir umarmen uns Und das macht Spaß Prima Es geht doch Tut mir leid, Graham Nämlich steh halt nicht auf Kuscheln Ich steh halt nicht auf Kuscheln Koffer Od Koffer A масel Tut mir leid,kim Okay, äh, habe ich den Schlüssel noch? Jo, kleiner Schlüssel. So, sie hält für zwei Tage aus, aber die anderen nicht, ne? Mal kurz gucken, ob ich mit dem Schlüssel das Ding aufkriege. Eine Wache noch. Ja, das müsst ihr allein schaffen. Euch fällt doch sicher was Schlaues ein. Ich will endlich wieder bröseln. Der Schlüssel war zu klein dafür. Hm. Aha, sein Schätzchen will er einladen. Brauchen natürlich Essstiebchen. Hm, ich weiß nicht echt. Das hast du hoffentlich besser genutzt. Ja, wo soll denn seine... Ne, keine Ahnung. So, er will die... Die einladen? Mom, oder was? Ach so ein Käse. Also, was ist der Plan? Sagt ihr es mir? Findet einen Weg am letzten Aufseher vorbei und holt mich raus hier. Wiedersehen. Ciao. Ja, er will ein Schätzchen haben. Ein Date. Was haben wir noch? Wir haben hier so ein Stinkmeuchel-Ding. Göbelblüte. Hm. Kleiner Schlüssel. Boah. Hm. Hm. Ja, hier geht mal gar nichts. Doch, vielleicht, warte mal, X. Nee. Ja, dann nötig doch die Abkürzung, die jetzt auch keine Abkürzung mehr ist. Kleiner Schlüssel. Wollen wir denn noch was abgeschlossenes? Hm. Ach, klar. Kleiner Schlüssel oben. Ich Idiot. Die Tür oben. Brauche ich eine Schlüssel. Lauf. Okay, hier geht's. Oh, was haben wir hier? Oh. Nehmen wir mal an, seine Braut ist hier Cinderella. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ihm nicht mal, ob wir ihr nicht mal, kurz diesen Schrieb geben. Das wäre dann eher die Richtung. Mit einer Rose vielleicht noch. Wenn's da noch eine gibt, mal gucken. Yo. Ups. Ich glaube nicht, dass das ansteht. Ach so, ist schade. Ach, die ist gar nicht mehr da. Ja. Hmm. Oh yeah. Hey, security. Vielleicht kriegt er auch den Liebesbrief. Mal gucken. Ja, ich höre immer. ja ich höre immer noch weder Essen noch Städchen noch irgendetwas wie knackig denn das Ding mit wie heißen sie noch Prinzessin auf der Erbse ich muss jetzt das Erbschen knacken anders geht es gar nicht das Erbschen Also eigentlich, wenn man es abspielt. Der ist falsch. Was ist das falsch nochmal? Was ist das falsch? 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 Ich drehe mal weiter. Was ist das falsch? 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 Okay, get that. Das war's für heute. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen suchen. Ja, das mache ich ja mal in der nächsten Session. Also, bis dann. Ciao.